So, jetzt haben wir mal, was ich da getan habe. Auch bei der mittelteuren Jacke machen wir mit dem Temperaturvergleich vor und nach dem Ventilatoreinsatz. Nasse ist es unter Ludwig's Jacke nur 0,7 Grad kälter. Und wie sieht es im Bereich der Tasche aus? Die Jacke hätte mir sehr gut auf, so ist es bereits der Bauchfasche, weil es noch nicht so gut ist. Dass diese Jackenwasche nicht dicht ist, liegt daran, dass wir in dem Bereich der Tasche, wie man hier sieht, die Tasche muss komplett abgelegt sein. Und das ist nicht so gut für dich. Was soll ich jetzt schon mal in dem Bereich der Tasche machen? Und ihr müsst gerade reden, wenn ihr dauernd hat, dass man eine Jacke in den Bett, auch bei ihr, wenn ihr dauernd ist. Keine Frage, welcher die Jacke in den Bett ist. So, ich weiß nicht, was ihr gebraucht habt. Lassen. Schika, guck mich an. Schika. Nein. Nein. Schika, guck mich an. Schika, guck mich an. Ja, guck mich an, Frau. Stop. Attack. Stop. Get it, Schika, get it. Stop. You beautiful little thing, too. Yeah, you little collision. Stop. Stop. Don't look at it, Schika. Just look at it. No look at it. Don't. Just look at it. Get it, Schika, get it. Stop. 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 You beautiful thing, you. Get it. Stop. Schika, stop. Get it, Schika, get it. 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 Get it, Schika, get it.